Mein Name ist Ding und das ist einfach meine Wageli-Tuk-Tuk, Ding-Tuk-Tuk und mache ich die thailändische Küche. Ich bin 30 Jahre in der Gastronomie. Ich schaue und kaufe und so mache ich. Ich habe ein Werk so schön gehabt, das macht mein Freund. Mein Name ist Dani, gründeten wir vor zwei Monaten im Betrieb und haben recht schnell gemerkt, dass wir dort ein effizientes Kassensystem brauchen, das ähnlich wie das Zugtuk funktioniert, als etwas Kompaktes, das unkompliziert und effizient arbeitet und ich so auf Klara gestossen habe, die das Ganze voll und ganz abdeckt. Ich selber habe gar keinen Hintergrundwissen von einer Kasse, also vorher noch nie etwas in eine Kasse eingetippt und bin aber von Anfang an super geschlagen mit den Anleitungen, die es bei Klara gibt, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit ein Kassensystem übertrieben kann. Ich kenne die Buchhaltung natürlich sehr gut und ich mache sie nicht gerne und wegen dem bin ich sehr froh, habe ich die Kasse von Klara. Hier läuft Buchhaltung im Hintergrund und wir haben noch zusätzliche Inventar, die Inventar-Software und von dort her hoffen wir weniger Aufwand im Büro. Zusammenarbeit mit Klara kann ich jedem eigentlich empfehlen, das etwas Einfaches, unkompliziert sucht, das man ohne grossen Aufwand im Betrieb nehmen und brauchen kann. Sofort loslegen. Natürlich komme ich sehr gerne. Sie bewöhnen sehr gerne meine Kundschaft. Wenn meine Kundschaft zufrieden macht, Arbeit gemacht, dann bin ich da happy.